Die Level könnte jetzt gerne mal enden. Ich habe nämlich nur noch ein Leben. Helfen brauche ich eh nicht. Was? Warum? Oh Gott, Bas. Oh, bitte sterbt alle. Ich darf keinen Treffer mehr einstecken. Boah. Dieses Level war auch nur doof. Ja, fick dich auch, Spiel. Sonic Level, bitte? Ich finde die Steuerung von diesem Mac einfach richtig doof. Ah, okay, raus aus Char World, bitte. Der geht immer autoartig da rein, wenn er diese blöde Schlüssel aufsammelt. Hallo? Er hat das Spiel noch? Okay, Sonic. Now put that emerald. Tails, tell Sonic to meet you back at the research facility. Sonic, Amy is... I-I didn't get that, Tails. What happened to Amy? Tails! Hm. Es fühlt sich gut, Floating. Das Spannung höher wäre hier ein Wind. Ich bin mir nicht sicher, wo hier Floating Containers sind. Uhhh. Moment, hier ist noch so ein Teil. Ah, okay. Zwischen dem blauen Turm da drüben und dem Stahlturm auf dem Boden. Moment. Meint er das Teil da drüben? Weil ich entferne mich ja im Moment von dem Teil. Die vier zu große schwebende Plattform vom Boden. Ich finde dieses Chaos-Ding jetzt schon doof. Das ist jetzt schon. Ich habe es ja schon vorher gesehen, aber diesen Knuckles hat auch nicht besser. Hinter etwas mächtigen, was? Ja, bitte. Spack doch am Rand rum. So, hier ist auf jeden Fall noch so ein Teil. Oder auch nicht. Hä? Ich dachte, diese Monitore bleiben bestehen. Auf den grauen Bogen unten. Moment. Hier? Wow. Try digging by watching the stars. What? Der Hinweis, der gibt alleine, glaube ich, nicht so viel Sinn. Brauchen noch einen. Warte, da ist noch eins. Eine große Plattform mit sechs Kreisen. Hm? Huh? 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 Oh, nice. Leben sind immer gern gesehen. Große Plattform mit Rakete. Und zwar in einem Stern. Hä? Also die Sterne, verstehe ich, Graben, verstehe ich, und irgendwo eine Plattform mit einer Rakete. Was ich... Warte. Meint der Tier das? Komm nachher, sag was. Sag mir, dass du spürst. Also solange Knuckles nichts spürt, kann ich es mir sowieso sparen, irgendwo zu graben. Oh, wow. Oh, 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 oh. Was ist da drüben? Ich weiß nicht, was das jetzt getan hat, aber... Nice. Ich würde eigentlich sagen, weiter nach... Und hoffen, dass Knuckles irgendwann mal was spürt. Oh, das... Weiter nach oben ist schon richtig. Da hat's. Warum nicht? Ich kann's nicht... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Na komm, woman, bring it on. Mir gefällt nicht, wie wenig Ringe ich habe. Besser. So. Wo ist woman? Now you're bringing me mad. Now I need business. This can't be true, I never lose. Get away from my emerald. Stop fooling around and give me back my emerald. What are you babbling about? Call yourself a hunter? Attacking a lady? Shame on you! What kind of lady goes around stealing gems anyway? Those belong to me! What in the world? Take me! How are you babbling about? What kind of lady? What an lady? How can you be?